Rafting-Tour auf der Gegenseaache. Sehr schön aus. So geil ist Luft. Traum macht die Kulisse. Da ist Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier startet unsere Rafting-Tour auf der Bregi in Saache. Und bevor wir starten, gibt es erstmal die Ausrüstung. Und so paddeln wir die Bregi runter. Wir haben erstmal viel Gelegenheit, um Faxen zu machen. Wir springen hier. Wer möchte. Ihr könnt auch immer wieder runter gehen. Nein sagen ist immer schwerer wie Ja sagen. Nach unserer hoffentlich tollen Tour ergießt sich die Bregi in Saache hier dann auch direkt in den Bodensee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017